Der sechste Verteidigung der Bewegung geht zum Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb ihrer Reihen stehen. Vielleicht nur als im großartigen Schauspiel politische Machtentfaltung gewährdet wird. Du warst für die hunderttausende der Kämpfer gekommen. Der sechste Verteidigung der Werteidigung der Werteidigung der Werteidigung. Der sechste Verteidigung der Werteidigung der Werteidigung der Werteidigung. Der sechste Verteidigung der Werteidigung der Werteidigung der Werteidigung der Werteidigung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.